Moinsen, sieben herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Ich hab mir jetzt mal etwas besonderes ausgedacht, ihr seht mich da wieder Zombiespielen. Es sieht eigentlich nur nach 15 aus, aber der Anblick täuscht. Ich habe 3.999.812 XP. Das heißt, nach dieser Runde sind meine 4.000.000 XP gefallen. Ja. 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 Ja, und wie ihr es auch seht, mein Prämie ist abgelaufen und ohne Prämie reiß ich nicht so sehr viel. Hm. Auf 5 Überlebende, what the fuck. Ich sag, hier drin sind welche. Okay. 1. Ja. Habe ich schon über 100 Score? Schon 100 mehr als so. GP, ich hasse diese Scops. Scops. Ist das eine australische, äh, Hundemarke? Cornflakes? Erläutere mir. Boah, ich sitze schon so, 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 so 0815 einfach schon die ganze Zeit an den Zettel. Aber das ist für jeden Fall schlecht, weil ich die ganze Zeit gezockt habe. Das kann ich mich aber versichern. Eigentlich will ich jetzt noch noch chillen. Aber gut, die 4 Millionen müssen einfach heute noch fallen. Wie gesagt, ihr werdet das wahrscheinlich am Sonntag oder Montag sehen. Montag ist wieder Gradaktualisierung und ich wollte eigentlich wieder das jetzt partizieren. Grad 6 wurde sehr schwer. Sky Simon, GP, TS. Ja, sorry, Sky Simon, aber ich kann grad nicht. Was? Inter, hab dich beschützt. Jump Scare. Boah, nicht diesmal nicht Kartufel. Das ist so, ich komm an und ich... Ah ja, das ist jetzt der dritte Wünsche der Männer. Ja, und dieser Hurensohn geht wieder nur auf mich, der natürlich... Warum denn nicht? Ohne Witz, von all... Es spielen so viele mit. Hier, ja. Es sind so viele dabei, der rennt einfach an allen vorbei und geht nur auf mich. Boah, wie mich das aufregt. So, der, den hol ich mir. Ey, war auch schon mal besser. Ey, es geht einfach nix. Es geht nix. Boah, Alter, du bist dummer als ein Toaster, ey. So, ich will mir jetzt den lieben Je-Solo. Ja, pass auf. Das soll ein Double werden. Scheiße. Naja. Egal, egal. Ich will jetzt doch heute übrigens auf der Map 5, 9, 10, Freddy's. Wer die Map kennt. So, der Render. Komm ich ihm mal hier entgegen. Taktik, Bruder. Ich werde sich die PS wieder aufragen. Ja, Katowel, erkennt es zu mich gut. Große Video. Alter, durch was habe ich denn gerade so hart die Nate gefressen, ey. Ja, nächster Stil. Sehr gut. Sehr gut. So muss das. Alter, das ist so, ich sehe da hin und sehe die Zombies einfach umfallen. Das ist krass. Boah. Boah. Ja, gut, Leute, nur noch eine Runde. Vielleicht ist es eine kürzere Runde jetzt geworden. Aber mir persönlich ist die einfach herzenswichtig. 4 Millionen XP macht man einfach nicht so, heute einfach mal so einfach. 4 Millionen XP hat man nicht alle Tage. Es gibt nicht viele, die wir haben. Ich glaube, ich dürfte mit den XP, die ich jetzt momentan habe, also nach dieser Runde, dürfte ich mindestens gerade 8 sein. Gerade 7 ungewiss. Aber, ne, ich weiß es nicht. Entweder gerade 6 oder gerade 7. Äh, das habe ich. Gerade 9 oder gerade 8. Für gerade 7 müsste ich 4,4 Millionen machen. Aber bin ich jetzt einfach zu faul. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Ah, da ist er ja. Zum Mustard. Und es tut mir leid, dass mein Kommentarsteak gerade nicht ganz so flüssig, so toll ist, dass es mir nicht kein Thema hat. Aber ich bin einfach mega fertig. Ich will einfach nur noch jetzt aufhören. Ich habe einen Bienenmarathon hingelegt. Jetzt in 2 Wochen habe ich mich von 1,5 Millionen. Was steht noch? Ich habe mich von 1,5 Millionen auf 4 Millionen und es werden noch mehr werden. Morgen ist ja auch nochmal Farbenzeit. Ich kann dir versprechen, Leute. Ich werde auf jeden Fall, noch bevor ich, wie gesagt, mich betriffe, diese Verhältnisse noch am meisten mit den inaktiv gehen. Ich werde auf jeden Fall 5 Millionen die nächste Woche knacken. Also 5 bis 6 Millionen will ich nächste Woche noch schaffen. Oh Gott, ich habe sogar Halsschmerzen. So, Leute, das war es von mir wieder. Einen ganz kurzen Moment. 4 Millionen 980 XP. Da geht mir echt das Herz auf. Das ist echt eine ziemlich geile Sache. 4 Millionen XP. Mann, Mann, Mann. Also dann, Leute, ich hoffe, euch hat das jetzt wieder gefallen. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.